Hallo, ja, willkommen zu einer Folge Meinschaft Dann Ich bauche Ich bauche Ich bauche Fichten Feichtun Das bauche ich Das war's Erstaat, glaube ich Einmal Und zweimal Dann Dann platziere ich hier eine Hier Hier und hier Und eine Laterne Bauche ich Und die Laterne kommt Hier hin Dann Dann bauche ich Eiche 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 Falltüren Und hoch mit mir Wieder 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 Dann... und ich habe ein fehler gemacht glaube ich das muss ich noch mal etwas dann brauche ich 123 hochklappen einmal und zweimal dann geht es weiter und natürlich die andere seite auch 1 2 3 dann brauche ich mich mal kurz nach oben dann ich brauche 1 davon baue ich habe da ein gut gemacht und dann 12 1 2 3 1 2 3 dann muss ich einmal außen einmal hier hoch dann einmal zweimal und hoch gebaut dann kommt danach kommt und brauche ich genau genau hier einmal hooper kopieren habe ich habe ich 1 2 3 dann ich brauche ich brauche 1 2 3 und 4 ich brauche 1 2 3 und 4 dann und dann genau hier 5 5 nach oben 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 immer so geht weiter das und 1 2 3 4 5 das lasse ich frei und 1 2 3 4 5 5 und 1 2 3 4 5 5 und 1 2 3 4 5 und einmal mit alles verbinden 1, 2, 3, 4, 5 verbaut, aber nicht schlimm. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich so weit gebaut. Noch etwas hier unten, nein, da oben, wieder, durch. Hier und hier bin ich wieder. 1, 2, 3, 4 und 5 und der letzte Seite. Dann hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Und an der Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauche ich Eisenbatter und dann einmal ausfüllen. Das und das ist die Hälfte schon mal fertig. Dann kommt die Mitte dran. 1, 2, 3. Heißt das, das Holz? Ich glaube schon. Heute um 16.30 Uhr. Ich glaube, die Farbenfeld so neu gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und haben erst 10.18 Uhr. Auf ein Feiertag. Die Folge kommt ja aus dem Donnerstar-Haus. Aber nächste Woche, glaube ich, fertig. Und dann habe ich noch Fichten. Und dann habe ich noch Fichten. Kleppen. Hepp. Fichte oder Eiche. Mit Eiche scheppen. So. Das brauche ich. So. Und hier einmal. Genau so. Und hier einmal. Und hier einmal. Genau so. Und hier einmal. Eins. Zwei. Zwei. Ich kann nicht laufen. Seitwärts. fifths. Okay. Wo ich dann nochmal einmal. Einmal kurz das Spiel schließen und dann nochmal aufmachen. Auch kein Problem. Einmal. 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 Und dann bin ich wieder auf dem Server. CB1, CB2. Einmal. 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 Einmal hoch. Geportet. Das habe ich letztes Mal. Äh. Einmal. 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 Eins. Zwei. Einmal. Aber das war's auch für diese Folge, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert nicht, nicht vergessen. Tschüss.